So, da sind wir wieder. Wir sind hier gerade im Endkampf bei den Scorchern. Wir müssen hier so ein Luftschiff von denen kaputt machen. Wir kriegen das noch hin. Das ist nicht mehr witzig. Das ist nicht mehr witzig. Boah, warum treff ich mir angeblich nicht? Das ist ein Wichser. Das ist nicht mehr witzig. Alter Schwede. Bleiben wir auch nicht mal stehen, ne? Oh, jetzt. Ich denke mal, das mit dem Luftschiff wird ja noch nicht alles gewesen sein. Haben wir hier noch irgendwas schick jetzt? Wir haben was schick angeflockt hier. Er kriegt die Stäbe wieder, oder? Wir haben hier runterfallen. Sieht der schick aus hier. Gut, gucken wir mal. Lohn, hier ist er. Die Waffe ist ja schon nicht schlecht. Aber da vorne gibt es schon wieder Granaten. Ich denke mal, das ist wieder viel das Luftschiff hier. Guck mal, nicht, dass ich das wieder repariert habe. Dann hätten wir ein Problem. Ja, sowieso aber. Alle tanzen! What? Was ist das? Was ist das? Wir brauchen mehr Therapie. Wir brauchen die Waffe ist. Dann wurde diese Waffe. Und die Bation- œ来了 ab. Jetzt sehen wir den Schenken. Ich denke, es wir hier nicht hingordorgen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ok wenn es wird zusammen oder schlagen die viel erfolg da ist es schwierig Ja, das war's für mich. Auch hier finde ich die Streckeführung nicht so eindeutig teilweise. Einmal verfahren geht natürlich nicht. Das geht natürlich nicht. Ich muss da mal so ein bisschen anstellen, aber ich glaube ich kann halt nochmal versuchen wir verdienen, aber ich denke mal nix. Ich muss da mal so ein bisschen anstellen, aber ich muss da mal so ein bisschen anstellen. Ich muss da mal so ein bisschen anstellen, aber ich muss da mal so ein bisschen anstellen. Ich muss da mal so ein bisschen anstellen, aber ich muss da mal so ein bisschen anstellen. Ich muss da mal so ein bisschen anstellen, aber ich muss da mal so ein bisschen anstellen. Ich muss da mal so ein bisschen anstellen. Äh, die Wien-Dinger aus, oder? Huch, Alter. Autsch, Autsch, hör doch mal aus da weg. Naja, ich erinnere mich, ich weiße da dran, jetzt schon mal, eh, da war einer schneller. Jetzt online mal gegen Caldia und Co. gespielt zu haben. Jep, jajeh. Uh, da war nach oben. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Oh je. Kleiner Bisser. Ich kann mich vertagen. Oh, fuck. Das war doch wohl nix hier, ne? Wenn man erstmal aus dem Rhythmus raus sieht, dann sieht er doch gar nix von mir. Ich bin ein Laufgänger. Ich bin ein Laufgänger. Oh, was machst du denn? Wo kommst du denn hier schon wieder hin? Die KI scheatet doch eh. Alter, die wollen mich wohl verarschen. Jo, leck mich doch im Arsch. Ja, da müssen wir anders nochmal vernünftig machen. Irgendwie, wenn man da aus dem Rhythmus kommt, kommt man eigentlich immer zu spät irgendwie. Na okay, das soll es für diese Folge wieder gewesen sein. Ich hoffe ja, er guckt das nächste Mal wieder rein. Bis dahin. Bye. Bye. Auf Wiedersehen. 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 Auf Wiedersehen.